Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Bulletstorm The Full Clip Edition. Ich bin der Fangamer. Weiter geht's hier. Oh, verdammt. Das nenne ich tief. Das eingestürzte Gebäude, das ist unser Weg darüber. Das grenzt doch an Selbstmord. Wirklich? Ist ja mal ganz was Neues. Oh ja, das ist die Antwort eines echten Kerls. Ich will dich einfach nur beeindrucken. Das ist alles. Beeindrucke mich, indem du dranbleibst. Ray, wegen dem, was da passiert ist. Ich weiß, du kämpfst gegen die AI. Und ich weiß, du gibst dein bestes Kumpel. Noch eine Versorgungskapsel. Munition. Überreste von Operation Anarchy. Klär uns mal auf. Ich nehme an, ihr erinnert euch an General Serrano. Oh ja. Serrano sollte hier unten sauber machen. Er hat befohlen, die Mutanten und die Gangs auszulöschen und die Stadt intakt zu lassen. Er beschloss bei diesem Auftrag, ein paar Final Echo Kandidaten zu testen. Ich hab hier vor einem Jahr eine Einheit angeführt. Und dein Squad hat echt einen erstklassigen Spitzenjob abgeliefert. Hier ist alles blitzblank. Mission erfüllt. Wir hatten die Situation unterschätzt. Nur wenige von uns schafften es zurück. Operation Anarchy war ein kompletter Fehlschlag. Die Skillshot-Anzeigen im Display der Peitsche sind also irgendeine Kampfanalyse-Scheiße? Zuteilungspunkte, die bestimmten, ob man sich an einer Versorgungskapsel nachschub holen konnte. Herausragende Soldaten bekamen Nachschub. Die anderen nicht. Da, wenn wir stolz auf euch gewesen. Da, noch mehr Skouts. Ja, und sie sind voll motiviert. Sie versuchen unseren Hauptpreis in die Finger zu kriegen. Na dann gehen wir weiter. Das ist er. Was ist was? Das ist der einzige Weg nach unten. Wenn du das sagst. Ich hoffe, uns erwartet auch nirgendetwas Weiches. Ja! 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 Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter! Ja! 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 Ich bin jetzt 5K0. Ja! Ich bin jetzt 5K! Noch mehr von diesen Clowns! Wir müssen ihn ausschalten! Das nehm' ich, viel Dank! Die nur mussten sich versammeln! Los, rufen wir einen Aufzug! Oh, du weißt echt, wie man eine Party schmeißt! Wir brauchen Unterdrückungsfeuer! Los, los, los! Ich lebe das Gräsen zur Kunst! Tja! Das Blei-Shotter! Du wirst mich verarschen! Schmeckt wie Hühnchen! Die Nahrungsverlust! Hört ihr dieses Ächzen? Na schön, das Teil hier will unbedingt einstürzen! Ja, das ist ein Pläne! Du wirst eine Panzer bis zum Körper! Du wirst mich machen! Du hast es! In der Fallen Fermate! Du wirst mich verraten! Ich bin Food! Mehr Skars, die sterben wollen. Und ich will sie töten. Passt doch perfekt. Na dann, gehen wir mal da durch. Ich will sie töten. Das war's für heute. Die Kölner nehmen! Die Kölner nehmen! Was soll ich hier kommen? Ich bin der Kölner! Ich bin der Kölner! Ich bin der Kölnerne! Ich bin der Kölner! und ciao weiter ja 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 Noch was? Noch mehr was zu sagen? Krass Leute, echt krass. Woah. Die Spitzen des Gebäudes geben nach. Wir werden es nicht schaffen. Weiter! Oh mein Gott. Danke dämlicher Klugscheißer. Ich würde aber sagen, hier geht es lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh ja, mit dieser Detonation ist das easy. Damit der sollte ich öfter arbeiten. Oh mein Gott. Was muss dieser Scheiß denn sein? Lauf! Oh mein Gott. 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 Schieß auf die Tanks, mehr musst du nicht sagen. Krass. Echt krass, Leute. Das alles geht mir total auf den Sack. Wirklich alles. Ach, ich bin mir sicher. Wir sind schon fast aus dem Gröbsten raus. Letztes Mal sind hier Monorails gefahren. Mein Scan zeigt einen an. Alles klar. Na los. Der Aufzug hat Strom. Vielleicht läuft ja auch die Monorail. So war es gedacht. Ich Evangelium in die Monorail nicht. Wir haben Kunden. Dann erzähl ihnen mal, was wir im Angebot haben. Weiter. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Ruh! Bist der Wurz-Folder-Strauserer. Love you, master. Daneckung. Du was für dein Geld und gib mir Feuerschutz. Na kommen sie! Oh nein, das war so, ich weiß nicht. Trishka, mach dich nützlich und verschaff uns Zugang zu dem Zug. Schon verstanden. Hör auf, rumzuhallen. Styrocopter! Die Deckung! Du was für dein Geld und gib mir Feuerschutz! Wollen Sie! Und noch mehr! Die kommen von rechts! Schon klar! Das war ein Zeh in der Höhe. Das ist ein Verkunftshaus. Ja, verdammt! 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 Habt euch bereit! Da kommt noch mehr! Ja, verdammt! Wer ist die Hälte? Wer ist eine Hälte? Wer ist eine Hälte? Das ist eine Hälte? Alles klar, was du willst? Ja, verdammt! knowing das die Hälte! Das ist ganz schön. Ich bin nicht alleine! Die Hälte! Das ist aber! Urma! Das täglich ist die Hälte! Ich bin nicht allein! grüß euch grüß euch grüß euch ja hier werden wir aber auch schon binden ich mache hier eine pause ihr seid jetzt ein bisschen zufrieden gekommen ja ich beende mal hier die folge danke fürs zuschauen von bulletstorm ich bin erfahren immer macht das gut ciao und baba